Servus Leute! Heute am 2.8. fahren wir ja nach Stuttgart zum City Slide und ich habe ja schon in einem Rocket League Video gesagt, dass ich da ein bisschen aufnehmen werde und ich hoffe euch gefällt es. So ein kleiner Vlog zwischendurch. Ab und zu habe ich ja gesagt, dass ich das machen werde. Ja, ich muss jetzt noch ein bisschen was packen, so ein Handtuch und so. Mal gucken, was zu trinken und ja, dann bis dann. Ciao! Outro 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 Hallo, wir haben 76 Grad. Willkommen zu meinem Let's Play. Let's Play. Reib deinen Stirn mit, Handtuch ab. Wasserrutschen, du hast doch extra ein Stemmbad. Ja, das haben wir extra oft, dass der Schweiß nicht in die Augen reinläuft. Aber wir sind gleich da und da rutschen wir. Tschüss. Was ist unser Rutsch? Fisch. Rutschfisch. Rutschfisch. Ja, das stimmt. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018